Einen wunderschönen guten Tag hier bei MTKs Freunde, Freitagnachmittag. Ja, die meisten Arbeiten haben wir erledigt. Wir wollen morgen zu Mordic Nordic Essen, ne, Nordic Motorshow, MMS. Ja, MMS fahren wir hin, das erste Mal, warum denn nicht? Ja, ein paar Leute sind auch da, freuen uns richtig, mit ein paar haben wir uns verabredet. Jawohl, mit was sollen wir da fahren? S-Klasse, keine Ahnung, AMG, C36, C63, verbraucht zu viel, hat nicht so viel Geld. Nissan ist auch wieder bei uns an Bord, da kommt noch... Es verbraucht auch zu viel. Verbraucht auch zu viel, separates Video folgt auf jeden Fall. Wir fahren mit dem legendären Siebener auf jeden Fall, ne? Mehr geht nicht. Ich werde den Wagen heute bis aufs letzte Staubkorn putzen. Freunde, wir nehmen ihn erstmal rein, der kriegt jetzt einen geilen Service von uns, ne? Oder nicht? Wir machen jetzt den schönen Service, dann kommt er raus, dann wird man schon die Ferien geputzt und, und, und. Nissan, rein das Ding. So schmutzig sehen die gar nicht aus. Das Problem ist hier, alles voll mit Pollen, der Wagen stand ja jetzt hier zwei Wochen, glaube ich. Zwei, drei Wochen stand der jetzt. Ja, es ist unser Schmuckstück, ne, Schatz? Ja. Muss man jetzt sagen, also, egal wer was sagt, das war für uns, das Auto war nie so richtig so. Werder nicht? Batterie alle? Hey, weißt du doch, wie in Serbien? Ich, aber, haben... In Serbien wollt ihr doch auch nicht anspringen. Na ja, komm, seit Serbien sind wir 15.000 Kilometer gefahren. Aber haben wir dieses Ding gemacht? Das ist jetzt das zweite Mal, das ist bei mir passiert. Uns ist es auch zweimal passiert. War genauso original. Hey, Schatz. Kurz warten. Ja. Aber hast du diesen Dings Kurbelwellen-Dings nicht ausgetauscht? Nee, haben wir gar nicht. Der liegt da noch, Alter. Wollte ich gerade sagen, ich habe das Ding doch gekauft. Wir haben 100 etwas Euro bezahlt, wollten mal einbauen, weißt du noch, wo wir in Rotenburg liegen geblieben sind? Ja. Da habe ich das Ding neu gekauft. Ja, ich habe das Ding doch gekauft, ich habe das doch abgehoben. Hast du das Problem behoben? Ja. Gar nichts, ne? Ich bin ja kein BMW-Typ, ich bin ja Mercedes-Typ. Ja, aber er sieht schön aus. Ja, ja. Na, wird es noch was? Ja. Wird es noch was? Ja, wird es noch was. Ach so, okay. Der kommt so gut rüber, ne? Nötig. Warte. Das ist das Highlight an dem BMW, oder? Also, jetzt haben wir den jetzt richtig auf Hochland putzen für morgen. Aber, Hochglanz bei Sun weiß ich nicht so. Was willst du machen? Der ist jetzt leer. Hast du, was ich machen will? Oh mein Gott, mal wieder. Aber der ist noch nicht ganz leer. Ne, ne. Was ich jetzt hier da machen will, ist ein großer Service. Einmal frisches Öl rein, frischen Filter rein. Das Auto komplett auf den Kopf stellen. Hier alles sauber machen, ne? Ich habe schon gesagt, was bei dir sauber heißt, ist ja so wie bei mir noch dreckig. So, Freunde, Auto ist aufgebockt. Gucken wir mal hier, ne? Einmal den Ölfilter ab, Öl ablassen. Und dann schauen wir uns mal, wie der Filter aussieht, ob der jetzt gut aussieht. Ich habe ja jetzt seit dem letzten Kopfschaden keinen Ölwechsel mehr gemacht. Heißt, ja, 15.000 Kilometer. Das war ja die ganze Türkei-Tour und alles mit drin. Ca. 15.000 Kilometer ist er jetzt gefahren mit dem Öl. Und ganz ehrlich, verbraucht hat er es nicht. Er hat es eher verloren. Weil ich habe ein bisschen Simmering-Probleme. Da leckt er gut Öl. Da muss ich auch noch rangehen. Katastrophe, ne? Getriebe muss raus. Dafür ist schon eine gute Arbeit. Aber was soll man machen, nix ja nix. Und, ja, schauen wir mal gleich uns das Öl an und den Filter, ne? So, Freunde, Filter ist noch drauf. Öl ist unten. Ja, ist halt schon ein bisschen alt, ne? 15.000 Kilometer, ne? Ja, machen wir mal den Filter ab. Boah, der ist gut fest, ne? Ich zeige euch gleich mal, wie der Filter aussieht. So, Freunde, das ist der Ölfilter. Ne? Hat, glaube ich, die besten Tage hinter sich. Ändern wir jetzt, knallen wir einen neuen rein, ne? Neuer Filter ist drauf. Hier, jetzt kriegt er frisches Öl. Und dann hat er den Service auf jeden Fall hinter sich. Ja, und dann hat er frisches Öl. Und hoffentlich, dass der Motor auch wieder schön weiterläuft, ne? Ich hoffe, dass da nicht noch irgendetwas passiert. Kein Bock mehr, diesen Kack-Motor in Anführungsstrichen noch mal auseinanderzubauen. Kann ich echt nicht mehr sehen. Geist für den Start machen wir mal jetzt hier, ne? Schmeckt an wie ein Kätzchen. Oh, läuft. Seht ihr das? Hat der 7er jetzt auch mal einen schönen Service bekommen. Auch gut, ne? Schreibe ich mal gleich noch einen Ölzettel für mich selber. Ja, dann wasche ich mal das Auto und mache das Auto bereit für die Messe, ne? Saugen, Lack, alles muss sauber sein. Alles muss glänzen. Ja, es ist soweit, es ist soweit, ja, Freunde. Wir fahren nach Neumünster, Nordic, Motor Show, genau, ne? Freuen wir uns mal. Ja, viele bekannte Gesichter, die wir auf jeden Fall da sehen, ne? Ein paar kennen wir uns natürlich. Ich bin ja auch kein Unbekannter jetzt in der Tuning-Szene. Nein, liebe Freunde, wir freuen uns auch. Da sind auch viele Freunde von uns da und ja, wir fahren mal zu Taner TTKs, holen ihn ab, fahren mal da hin und bummen und machen uns einen schönen Tag, mal gucken, wie wir alles sehen. Salo, Bruder, freu ich mich, ne? Wir sehen uns auf jeden Fall. So, lass uns mal los, Kadek. Schatz, ja, komm, Erinnerung hoch oder nicht? Auf jeden Fall. Also, wir sind jetzt seit letztem Jahr das erste Mal im Zimmer unterwegs und wir haben 10.000 Kilometer mit der Karre ausgerissen, ne? Also, Salo, er fährt wirklich immer noch toll. Aber wir haben mehr drauf. Salo meinte so, um die 12, 13. Ja, haben wir richtig Kilometer gemacht. Er ist schön, er ist immer noch ein Augenweide. Wir fahren zu Nordic Motor Show und ja, freu ich mich, ne? Dann können auch viele die Karre da auch mal sehen. Feiern eben bestimmt auf jeden Fall, weil ich feier den Obersten. Ja, also der ist wirklich so, auch wenn du drinnen sitzt, ne? Er fährt wirklich toll, er ist richtig gut dabei, sieht richtig gut aus. Ja, ich habe noch einen guten Abonnenten, ne? Also, Klaus, ein Freund von uns, den habt ihr wohl in dem Video noch nie gesehen. Der hat diesen SL-Gab 129er und den nehmen wir mit, ne? Der wartet hier Hollenstedt auf uns, der kommt mit. Er fährt mit eigenem Auto, aber... Genau, der kommt mit eigenem Auto. Da haben wir auch noch viele Bekannte, die da auch uns treffen. Ja, wird ein bisschen lustig, ne? Ja. Denk ich mal. Ja, freuen wir uns. Dann sehen wir mal, wenn wir Klaus jetzt hier mitholen. Jan und Stan sind hinter uns. Ja. Genau, weil... Nicht jetzt, aber die fahren hinter uns. Ja. Ja, Freunde, geiles Gefühl, wieder mit dem 7er unterwegs zu sein. Feiern wir, feiern wir. Ja, ist das Stau oder was ist hier? Nö, kein Stau, ne? Aber es ist wirklich schön mit der Karre. Es kommen wirklich geilen Gefühle hoch. Roadtrip, Eiko, Boberg, 8 Uhr Kacke. Alter, war das geil. Komm. Also, ich fand den richtig geil. Ja, ich fand den Roadtrip auch richtig geil. Also, im Nachhinein, klar, es war auch ein bisschen schlässig da, aber jetzt, wenn ich im Nachhinein dran denke, was alles passiert ist in der Zeit, Schatz, weißt du, was ich meine? Also, unglaublich. Unglaublich. Nochmal vielen, vielen Dank an alle meine Zuschauer, an alle, die mich ein bisschen unterstützt haben. Hammer, Hammer, 37.000 Abonnenten. Letztes Jahr, wenn einer zu mir gesagt hätte, ey, Memo, Alter, dein Kanal kommt auf 37.000 Abonnenten, hätte ich direkt unterstehen, hätte ich gesagt, yo, das reicht mir, oder Schatz? Also, hätte ich wirklich nicht gedacht. Vielen Dank für die Sportfreude, vielen Dank. Und ich würde mich freuen, wenn es weitergesportet wird. Dann sehen wir uns gleich, wenn wir bei Taner sind, ne? Oder in Hamburg, oder keine Ahnung, bis gleich. Ja, 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 jetzt sind wir, wir haben es geschafft, wir sind erst mal in Hamburg, wir holen jetzt mal Taner Caner ab. Ja, die kommen auch mit ihrem CL hinterher. Ja, fahren wir mit dem, aber ein bisschen bummeln, ne? Genau, ne? Auto, ja, die ersten 80 Kilometer, super gefahren. Geile Kalle wieder natürlich, ne? Hat auch super geklappt. Ja, Freunde auf die Nordic Show. Ja, Jan und Zandt kommen auch mit Klaus. Die müssen jetzt auch in der 40 Stunde, 20 Minuten da sein. Ja, wird schon geil, oder nicht? Denk ich noch mal, ne? Ja. So, komm, Janer sehe ich auch hinten rumlaufen. Dann würde ich sagen, bis gleich. Ja, wir gehen kurz einen Kaffee trinken, Taner ist noch unterwegs, da müssen die nächsten 10 Minuten hier sein. Ja, Freunde, nächstes Video auf jeden Fall, wie wir da hinfahren, wie wir da... Was wir da machen. Was wir da machen, wie wir da sind, ich weiß es wirklich nicht. Freunde, dranbleiben, abonnieren, like nicht, vergessen meinen Zweitkanal folgen, der ist auch richtig lustig, da lagt ihr euch kaputt. Da geht es weniger um Autos, mehr am meisten. Freunde, schönes Wochenende. Wir sehen euch. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020